Probieren wir mal aus. So, als aller nächstes mal wieder speichern. Und dann wieder auf Drachenjagd. So, tot. Mann, die sind aber auch stabil, die Viecher. So, komm. Drachen heilen. Heil dich ja nicht wieder. Ich sag's dir. So. Erstmal wieder zur Heilphase. Ich bin schwer verletzt. Ach komm, so schwer bist du nicht. Wie viel hat's denn noch? Einer fliegt da. Ich glaube, zwei. Ja, zwei fliegen da noch. Okay, na, wenn's ja noch so wenig sind. Haben wir's ja gleich geschafft. Ach, diese Heilung dauert immer. Komm. Muss ich jetzt endlich mal fertig kriegen. So, tot. Perfekt. So, wo ist der nächste? Da ist noch einer. Da hinten hat's auch noch einen. Komm, ja. Komm, ich mach's so kaputt. So. Da hat's noch einige. Okay. Perfekt. So, jetzt du. Komm, flieg nicht so doof rum. Tot. Sag mal, hier kommen ja immer noch mehr. Haben wir da wirklich alle Türme zerstört? Oder waren das an sich einfach so viele? So. Hier unten hat's noch einen. Oh. So, was hat's hier? Das ist auch tot. Hoffe ich mal. Komm, mein Drache. Hat es jetzt hier irgendwo noch einen. Dann meldet euch sofort. Na klar, hat's nur noch einen. Verletzt die Überlebende hier. Oh, da hat's vielleicht doch noch irgendwo eine blöde Brutstelle, die wir vergessen haben. Überhaupt, wo ist denn... Na klar, hier ist doch schon wieder ein Drache. Ich glaube, ich habe mich da gerade verguckt. Hm. Er weiß. So. Dann war das ja, glaube ich, hier gewesen. Sind wir jetzt hier richtig? Ich wies es gerade gar nicht. Ja, doch hinten hat's Gegner. Aber den Drachen sehe ich nicht mehr. Hä, hier war doch gerade noch ein Gegner. Hä? Doch, na klar. So. Macht mal hier... Na klar, ist da noch ein Drache. Entweder haben wir eine... Dings vergessen. Na klar, hier ist doch schon wieder einer. Hier sind doch noch zwei. Ne, nicht so, als Drache wieder... Quatsch. Sondern hat's hier noch noch irgendwo eine Brutstätte, die wir vergessen haben. Vielleicht hier oben oder so. Ne, scheint alles kaputt zu sein. Ja, dann... So, war's das denn jetzt hier? Jetzt bin ich wirklich hier... Um alles abzuklappern. So, Gegner suchen. Jetzt tun wir mich hier alle noch platt machen. Das dauert jetzt zwar noch ein kleines Stück, aber... Wir wollen nicht jeden Gegner hier mitnehmen. Um unser Level noch ein bisschen hochzubessern. So. 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 Geht mal aus dem Weg hier. Geht mal aus dem Weg hier. So, so. Ungewöhnlicher. Ja. Bringt uns Geld ein. So. Hier unten hat's ja auch noch ne Plattform. Wo Gegner sind. Huiiii. Und Attacke. Und tot. So. Jetzt bist du dran. Hat's nichts mehr. Hat's denn hier noch mehr Gegner von euch? Ja, na klar. Wir nehmen ja alle mit. Da wird es mal in einer kompletten Ebene Aufnahme nur mit kämpfen. Aber dann haben wir wenigstens das hier auch erledigt. Und dann kommen wir unserem Ende-Ziel immer näher. Wollte ich mal so anmerken. Hoffe ich zumindest. Uh. Hübsch. Mitnehmen. So. Ich mach mal hier trotzdem nochmal einen Speicherungspunkt. Weil mein Computer zu letzter Zeit auch ein bisschen rumzickt. Dass es schon vorkam, dass der einfach mal abstürzt. Ist da momentan los? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich läuft die Grafikkarte immer zu heißen. Wenn wir mal eine neue kaufen. Oder versuchen, den irgendwie zu lüften. Regnet das? Tatsächlich. Die fallen da oben mit den Fliegen hier. So. Weg mit dir. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Er sagt nur, dass du dich in einen Drachen verwandeln sollst. Es müssten ja jetzt eigentlich alle tot sein. Hoffe ich mal. Wenn nicht, denke ich wirklich, dass wir vielleicht noch eine Brutstätte vergessen haben. Ja komm, ich krieg mir das dann eben mal so. Okay. Gegner. 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 Okay, zwei Richtungen. Aber jetzt glaube ich gar keine Gegner mehr. Aber lass mal gucken. Das sieht aber auch geil aus hier. Ach, siehste. Toll. Nun gut. Wo sind Gegner? Wir brauchen mehr Gegner. Wir sehen uns doch wie so ein Schießstand. Vielleicht waren hier... Sind hier welche? Wir haben hier aber einen Haufen schöne Sachen. Drachendorn. Autsch. Was für ein kleines, stacheliges Ding. Diese Pflanze wird häufig zum Bau von Fallen verwendet. Und hält euch den Feind vom Leib. Okay. Wir haben noch niemals eine Falle gebaut. Von daher also... Verkaufen. Oh, man benötigt aber Intelligenz. Wir brauchen keine Intelligenz. Wir sind Krieger. Wir kämpfen ohne Kopf. Hier war doch gerade... Ah, okay. Ungewöhnliche, legendäre Stein-Amulett. Zur Reflex 6% dazu. Oder 6+. Für meine Sammlung. Ja, ist jetzt nicht so das große, besondere. Hier kann man ja... Ja, was man damit machen kann, ich weiß es bis heute noch nicht. Ich habe mich da auch nie erkundigt, was man mit diesen... Wurmeln da hier machen kann. Mondstein. Den können wir natürlich auch gut gebrauchen. Okay. So, wir bauen mal hier das ganze Lager um. So. Uh. So ein Nahkampfschaden dazu. Okay. Da können wir gleich mal in unsere Hose noch was reinmachen. Oder Rüstung, die wir anhaben. So. Oh, noch ein. Nee. Okay. Hm. Zerstören. Veredeln. Ähm. Nahkampfschaden zu Nahkampfrüstungswert. Wir machen mal das hier noch mit dazu. Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, hier alles erledigt. Können wir nochmal hier oben nachgucken, aber ich glaube, von da aus kann man. Dann gehen wir mal in die nächste Etage dann hoch. Und metzeln da mal noch alles nieder. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ja, ja. Du kannst dich hier ruhig schon in den Drachen verwandeln. Hier ist eh nichts mehr. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Verwandel dich jetzt. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Verwandel dich jetzt. Hier kann ich mich nicht in den Eintrag verwandeln. Ich will nicht hier runterspringen und mich dann verwandeln. Na, geht doch. So hat es schon wieder einen neuen Drachen hier irgendwo. Uhu. Und wie geht es euch hier oben? 1360 Schadene. 1600. Ey, das wird ja immer Hammer. 900. Ey, das ist ja... Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann mach die auf. Mach die auf. Alles mitnehmen hier. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Haut mich ab. Ja, na klar. Wenn ihr unbedingt abholen wollt, dann gucken wir nächstes mal, ob da noch was drin ist. So, hier hat es nichts mehr. Gegner. Es ist auf einmal so einfach zu kämpfen. Dann macht es richtig viel Spaß zu spielen. Hier oben hat es, glaube ich, auch noch welche. Eigentlich können wir die jetzt auch alle so wieder messen. Sonst haben wir da einmal 3, 4, 5 Schaden gemacht. Also überhaupt gar nicht. Entweder haben wir da als falsche geskillt. Ich glaube aber, ich habe eigentlich zwei Waffenkampf geskillt. Aber wahrscheinlich haben wir da vielleicht mal 1-2 Punkte drauf. Jetzt habe ich schon wieder eine SMS. 1-2 Punkte drauf. Aber, hm. Kommt man hier hoch? Ja. Gut, da schauen wir mal hier noch nach. Das kann sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, aber... Ja, das Kämpfen gehört eben viel mit dazu. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Wie willst du dann bitte jetzt da hoch? Trämmel, wenn du dich nicht in einen Drachen verwandeln kannst. Ah, okay. Da habe ich mal nichts gesagt. Hat es denn hier noch Gegner? Ja, aber Kisten. Das ganze Lager wird hier mal aufgeräumt. Was sieht denn aus hier? Gold sammeln wir auch wieder hier an Massen. Springen wir da hin. Sieht nicht so besonders aus. Sieht zwar gut aus. Der hat einen Helm, aber... Vom Werten her sieht er nicht so besonders aus. So, was hat es denn? Hat es denn hier noch Gegner? Ist das eh noch ne? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Gucken wir mal hier unten noch hin. Keine Gegner. Gut, dann schauen wir mal hier drüben noch nach. Fragen. Tschüss. Untertitelung. BR 2018